Ja, hallo hier wieder aus dem Zentrum von Cebu City und diesmal erkläre ich euch den Begriff Lang. Lang wie in OK Lang or Joke Lang ist ein Wort, das in vielen philippinischen Dialekten genutzt wird und das oft am Ende eines Satzes oder einer Phrase verwendet wird. Es dient dazu, eine lockere Stimmung zu erzeugen. Es wird genauso wie das deutsche Lang ausgesprochen. Es kann als eine Art Verstärkung oder Hervorhebung dienen und drückt oft eine gewisse Nonchalance oder Entspanntheit aus. Es ist vergleichbar mit dem englischen Wort just oder only, das am Ende eines Satzes hinzugefügt wird, um ihn weniger formell zu machen. In den Philippinen wird Lang oft in Alltagsgesprächen verwendet und ist ein wichtiger Bestandteil der lokalen Kultur und Sprache. OK Lang, alles gut, Joke Lang, es war nur ein Scherz. Ich hoffe, das Video war für euch unterhaltsam und informativ und wir sehen uns in den kommenden Videos. Für heute ist es wieder Babush, das heißt Tschüss auf Visaya.